Ja hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch ein kleines Review der Fenix 7 geben bzw. auch ein kleines Einsteigertutorial und euch ein bisschen zeigen, was ihr alles so einstellen könnt und was die Funktionen der Uhr sind. Ich habe zwar in diesem Fall die Fenix 7X in der Solar Saphir Edition hier liegen, aber es ist kein großer funktioneller Unterschied zwischen generell den Fenix Uhren selbst, da jetzt auch die Fenix 7 zum Beispiel ein Kartenmaterial bietet. Der einzige Unterschied ist jetzt hier, dass schon die Karten vorinstalliert sind und bei der Fenix 7 ihr das entsprechend noch aussuchen müsst bzw. runterladen. Zudem ist der interne Speicher hier ein kleines bisschen größer, also es ist doppelt so groß als es bei der normalen Uhr. Das ist aber auch kein Beinbruch und das Kernfeature eigentlich, was hier der große Unterschied ist, ist das GPS-Bild, das hier aufgenommen werden kann, da man hier eine Mehrfrequenzpositionierung nutzen kann. Das bedeutet, wenn ihr jetzt im Wald unterwegs seid, hat die Uhr bessere Möglichkeiten, die Position zu bestimmen als es mit der Fenix 7 in der normalen Version. Und natürlich darf man auch die Taschenlampe vergessen, die hier für diese teure Uhr hier verbaut worden ist. Ich habe das Video hier in verschiedene Kapitel eingeteilt, damit ihr auch entsprechende Kapiteln springen könnt, falls euch ein Thema nicht interessiert bzw. wenn euch speziell was interessiert, dann könnt ihr das in einem Kapitel auswählen. Ansonsten würde ich einfach sagen, wir fangen jetzt an und viel Spaß. Ja, da haben wir auch schon mal beide gute Stücke. Das sind einmal links die alte Fenix 6 Pro in der Saphir Edition und hier die neue Fenix 7X in der Saphir Solar Edition. Wir haben hier natürlich zwei verschiedene Größen. Einmal hier die Größe, den Unterschied zwischen einer normalen Version und einer X-Version. Ansonsten sehen wir auch der Solar Panel, den wir hier haben. Der ist hier oben nochmal hier in dieses zwischen Zifferblatt und Gehäuse eingebaut. Das haben wir natürlich bei der normalen Fenix 6 Pro ohne Solar nicht. Ansonsten die Bedienderkeit bis auf eine Sache, die jetzt natürlich neu hinzugekommen sind, hier die Tasten genauso gleich. Wir haben hier wieder zwei Tasten rechts und drei Tasten links. Das gleiche haben wir auch hier, zwei Tasten rechts, drei Tasten links. Was natürlich neu hinzukommt, ist das Touch-Display. Wir sehen jetzt hier, wir können hier einmal durchlaufen und hier durchswipen. Was sich noch geändert hat, ist der Herzfrequenz-Sensor. Wir haben hier einen neuen Sensor verbaut. Diesen von der Fenix 7X finden wir jetzt auch schon in der Venue 2+. Wir sehen jetzt hier auch die Anordnung, das ist ein bisschen anders. Beide haben einen Pulsoximeter und was ihr jetzt hier gerade noch seht, ich habe hier noch so einen Schutz drauf, den habe ich hier noch nicht drauf gemacht. Das ist so ein Schutznüppel, der dann entsprechend die Kontakte schützt. Das kann man entsprechend auch hier drauf machen. Und dann sind hier mit Hautresten und Verschmutzung wird das Ganze hier geschützt. Beziehungsweise, wenn ihr das Ganze laden wollt, nutze ich dann immer hier noch so eine Dockingstation, wo man dann das Ganze entsprechend hier anklicken kann. Und wenn ihr das dann verbunden habt, könnt ihr die Uhr entsprechend hier drauflegen und laden und das Display zeigt nach oben. Ihr könnt die Uhr immer ablesen. Ich werde euch das Ganze mal in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr Interesse habt. Das ist eigentlich ganz praktisch. Meine Frau nutzt das auch für die Vivo Active 3. Das ist eigentlich mit allen kompatibel, weil hier, wie wir gerade sehen, die Ladeanschlüsse haben sich jetzt nicht wirklich verändert. Zudem können wir die ganzen Armbände hier auch abmachen. Das bedeutet, wir können hier die ganzen Armbände abklipsen. Ihr dürft euch aber nicht wundern, wenn ihr das erste Mal macht, und es neu ist, geht es relativ schwer. Und wir sehen hier ist so ein Schnellverschluss dabei. Und wenn ihr das ganze Armband tauscht, könnt ihr es hier entsprechend reinklicksen. Und dann ist das Ganze auch schon direkt getauscht, ohne hier große Fummeleien zu machen. Was bei der Fenix 7 Saphir Solar Edition zukommt, ist, wenn ich hier oben zweimal drauf drücke, dass hier die Taschenlampe angeht. Ich würde mal so sagen, zum Laufen als Stirnlampenersatz würde ich das jetzt nicht empfehlen. Aber wenn ihr jetzt irgendwo unterwegs seid, irgendwas ausfällt, ihr euer Licht nicht dabei habt, oder wenn ihr mal auf eine Hütte aufs Klo gehen müsst, oder im Zelt irgendwas machen müsst, ist das Licht sehr, sehr ausreichend. Das ist wirklich ganz praktisch. Dann müsst ihr jetzt nicht extra eine Taschenlampe umführen, habt dann quasi auch zwei Hände frei, um da was zu machen. Ihr habt dann auch noch die Möglichkeit, wenn man hier lange auf die Taste drückt, da kommt mir in so ein Auswahl-Schnellmenü. Und da gibt es jetzt hier auch das neue Menüpunkt, diese Taschenlampe. Hier gibt es dann vier verschiedene Modis zum Einstellen, beziehungsweise ich kann hier auch entsprechend ein rotes Licht anmachen. Ich blende es auch noch mal kurz ein, wie es draußen aussieht. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Licht zu steuern. Wenn wir schon beim Schnellmenü sind, hier sehen wir auch schon mal eine kleine Übersicht, was wir machen können. Es sind eigentlich zwei Sachen hinzugekommen. Und das eine ist, wie gesagt, die Taschenlampe, die wir gerade hatten. Was noch hinzugekommen ist, ist dann die Steuerung des Touch-Displays. Also wir können hier auch direkt das Touch-Display ein- und ausschalten. Wenn wir jetzt einmal hier oben drauf drücken, dann ist das Ganze entsprechend ausgeschaltet. Und dann funktioniert es ja auch nicht. Wenn wir jetzt drauf gehen, sehen wir, können wir ja auch entsprechend mit dem Touch-Display das Menü hier steuern. Sonst haben wir eigentlich auch alle Möglichkeiten, die wir sonst von der Phoenix-Reihe auch kennen. Also wir können hier zum Beispiel direkt den D&D-Modus einstellen, also hier den Schlafmodus, dass wir nicht gestört werden. Dann hier können wir die Alarme verwalten, die Uhr ausschalten, direkt ins Batterie-Management-System hineingehen. Also wenn wir hier reingehen, können wir sagen, hier bitte auf Sparmenü gehen. Aber ihr seid natürlich nicht auf das Menü angewiesen. Ihr könnt euch das entsprechend hier auch selber konfigurieren. Und da ist es am besten, tatsächlich über Garmin Connect zu machen. Da geht ihr einfach hier auf die Uhr. Also die muss dann entsprechend verbunden sein, muss hier verbunden stehen. Und dann könnt ihr einfach hier auf Darstellung gehen. Und dann gibt es den Menüpunkt Steuerung. Und dann sehen wir jetzt hier auch schon alle Menüpunkte, die wir hier im Kreis sehen. Alles, was hier mit dem Minus angezeigt wird, ist verwendet. Und dann sehen wir auch nochmal, jetzt ist er rausgegangen, rein. Und dann sehen wir auch nochmal, was wir alles hinzufügen können. Zum Beispiel alternative Zeitzonen, Barometer, die Beleuchtung, den Flugzeugmodus, oder auch so Sachen wie Herzfrequenz senden ist dabei, Stoppuhr. Also wir können das nach eurem individuellen Maßstäben, die ihr braucht, einrichten. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst dann entsprechend zum Beispiel, wenn ihr sagt, ihr möchtet jetzt hier nicht die Brieftasche haben, dann geht ihr einfach auf dieses Minus. Und ich möchte jetzt zum Beispiel Herzfrequenz senden, dann gehen wir einfach hier auf das Plus. Dann ist jetzt hier auch entsprechend Herzfrequenz senden dabei. Das ist jetzt hier oben. Und dann kann ich hier entsprechend die Herzfrequenz senden. Also wenn ich jetzt die Uhr anhabe und Brustgurt, dann kann ich hier auf Start gehen, dann wird das Ganze hier eingeblendet. Das können wir einfach mal kurz machen. Und dann sehen wir hier, dass das entsprechend gesendet wird. Natürlich habe ich jetzt nichts an. Und so kann man dann mit der Fenix 7 zum Beispiel an das iPad die Herzfrequenz Daten senden. Die meisten Garmin Nutzer kennen das schon. Wenn ihr jetzt neu seid, ihr könnt ja auch bei den Garmin Uhren hier individuelle Display Designs herunterladen. Ich habe dieses jetzt zum Beispiel aus dem Connect IQ Store heruntergeladen. Das war ein freies. Es gibt natürlich auch kostenpflichtige, aber auch kostenlose. Und Garmin bietet auch eigene Display Designs an. Wenn ihr jetzt auf die Uhr das Display Design ändern wollt, müsst ihr einfach hier auf die Einstellung gehen. Und dann bekommt ihr als ersten Punkt das Ganze angezeigt. Das könnt ihr auswählen. Und dann könnt ihr nach euren Wünschen entsprechend hier ein Display Design aussuchen. Und wenn ich mir da entsprechend eine ausgesucht habe, kann ich das entsprechend hier dann auch verwenden und anwenden. Dann kommen wir auch mal zu den Widgets der Uhr. Ich habe jetzt extra auch mal ein Workout gemacht und ein paar Daten gesammelt, dass ich euch auch mal was zeigen kann. Also wenn wir hier nach oben mischen, dann können wir uns entsprechend die Widgets anschauen, die ich dann sortiert habe. Ich habe hier zum Beispiel jetzt einmal die Solarintensität, die ich mir anschauen kann. Und wir sehen jetzt einfach hier, dass das, ja, sieht man durch den Scheinwerfer tatsächlich, habe ich hier entsprechend Licht. Man sieht hier die Einspeisung. Ich habe jetzt im Laufe des Tages einen Pulli angehabt. Da sieht man, dass hier wenig eingespeist worden ist. Aber so bekommt ihr dann eine kleine Übersicht, was dann entsprechend hier an Ladung durchgeht. Dann habe ich natürlich eine Übersicht des Wetters. Und das ist immer dann da, wo ich dann entsprechend den letzten GPS-Standort hatte. Das wird dann mit Garmin Connect synchronisiert. Und dann bekomme ich hier so eine kleine Übersicht mit gefühlter Temperatur und realer Temperatur. Dann bekomme ich hier auch noch so eine kleine stündliche Prognose, die ich mir anschauen kann. Beziehungsweise die tägliche Prognose. Dann sieht man, ja, das Wetter sieht jetzt nicht so atemberaubend aus. Und ich bekomme auch ein 12-Stunden-Trend. Da kann ich genau sehen, wann hier ein Regen eintritt und wie viel Regen ich zu erwarten habe. Zudem gibt es dann noch die Luftqualität und den UV-Index. Das sind ja auch sehr wichtige Sachen, gerade wenn es im Sommer die Luftqualität schlecht ist, dass man nicht entsprechend da Aktivitäten macht. Ja, dann gibt es natürlich auch die klassischen Fitness-Tracker-Möglichkeiten. Wir haben einmal Schritte, einmal Altagen und auch den Schlaf. Ich zeige euch jetzt einfach nur anhand der Schritten mal, wie das aufgebaut ist. Hier kann ich ganz genau sehen, wie mein Tagesverlauf war, wenn mich das interessiert. Beziehungsweise ich kann dann gucken, wie oft ich mein Tagesziel erreicht habe. Das sind diese grünen Balken, die blauen Balken sind die Tagesziele, die ich nicht erreicht habe. Und so habe ich einen kleinen historischen Übersicht. Dann komme ich zu einem Feature, was bei Garmin wirklich toll ist. Und zwar ist die Body Battery. Da gehören eigentlich die drei Sachen jetzt hier zusammen. Einmal Stress ist das hier unten. Das sieht man jetzt nicht. Also das ist eine Stressmessung. Und der erholsame Schlaf natürlich. Die Body Battery ist so eine Art Batterie des Körpers, die entsprechend euch zeigt, wie leistungsstark euer Körper noch ist. Wir sehen jetzt hier, ich bin bei 82 heute gestartet. Also meine Nacht war dann zwar erholsam, war dann doch nicht so erholsam. Und ich bin jetzt aktuell bei 21. Das bedeutet, ich habe so einen gewissen Stress gehabt. Das sehen wir jetzt hier. Ich habe ein Workout heute gemacht, das mein Körper gestresst hat. Entsprechend ist hier, wenn wir mal hochgehen, die Batterieladung gerade in diesem Zeitbereich doch stark gefallen, weil mein Körper entsprechend stark beansprucht worden ist. Das heißt also, ich sollte jetzt heute kein Workout mehr machen und mich dann langsam mal ausruhen. Und sobald ihr schlaft, wird dann entsprechend hier, das sieht man ganz gut links, der Akku, sage ich mal, geladen. Und so habt ihr immer so einen Tagesüberblick. Ihr müsst aber darauf achten, dass am Anfang dauert es ein bisschen. Also gibt der Uhr mal zwei, drei Tage, dass hier die Werte passen. Die muss euch erst ein bisschen kennenlernen. Aber wenn es das mal soweit ist, dann habt ihr wirklich tolle Werte beziehungsweise das ist dann wirklich auch eine sehr interessante Sache und sehr hilfreich. Wenn wir uns den Schlaf mal genauer anschauen, sehen wir hier, also das Ganze wird auch immer mit Garmin Connect synchronisiert und aufgelistet. Also ihr müsst es nicht alles in der Uhr betrachten. Wir sehen jetzt hier, dass ich einen Score von 75 habe. Das geht bis maximal 100, aber es geht auch tatsächlich schlechter. Dann bekomme ich eine Qualität angezeigt. Dann eine kleine Zusammenfassung, dass ich einen erholsamen RM-Schlaf hatte. Dann sehe ich natürlich noch mal eine kleine Übersicht, wie mein Schlaf aufgebaut war über die Nacht, wann ich wach war, wann ich nicht wach war. Und hier sehe ich dann noch mal in den Stunden, wie es entsprechend passt. Ja, den Stress habe ich dann schon gezeigt. Was dann noch es gibt, ist hier die Herzfrequenz. Wir haben hier natürlich eine 24-7-Hertzfrequenzmessung und wir sehen jetzt hier, ich habe die Uhr einmal kurz ausgehabt beziehungsweise jetzt auch aus und ich hatte hier das Workout gemacht. Das sieht man hier an dem Peak und so kann ich mir hier mit dem Touchdisplay auch den ganzen Verlauf anschauen beziehungsweise, wenn ich jetzt die Uhrlänge an habe, bekomme ich hier auch Ruheherzfrequenz angezeigt. Es ist auch so, wenn ihr eine Garmin Uhr habt, wird eigentlich der größte Teil auch mit der Uhr synchronisiert. Nur halt so gerade so Sachen wie hier durchschnittliche Herzfrequenz und Ruheherzfrequenzbereich, die werden jetzt nicht mit synchronisiert, aber ihr habt zum Beispiel die ganzen Workouts oder auch dann später fürs Trainingsload, die Daten werden übermittelt und auch weitergeführt. Also das heißt, wenn ihr hier die Uhr wechselt, fangt ihr nicht direkt bei Null an. Dann haben wir natürlich die klassische Kalorienmessung. Das bedeutet, ihr wird aufgelistet zwischen Aktivkalorien und Passivkalorien. Passiv heißt in dem Fall wenn ich jetzt Ruhe, also den Grundabsatz, genau, das habe ich gerade gesucht. Und wir sehen jetzt hier einmal eine Gesamtprognose, also was noch erwartet wird. Beziehungsweise ich sehe auch hier blaue und rote Balken, wann ich hier wann aktiv war. Und dann kann man ganz gut sehen, dass ich hier unten einen Workout gemacht habe. Das ist der rote Balken, die sind größer. Und so bekomme ich dann eine kleine Übersicht meiner Kalorien. Und ich kann das Ganze auch mit MyFitnessPal verbinden und bekomme dann ein Kaloriendefizit in der App angezeigt, sofern ich dann natürlich bei MyFitnessPal die ganzen Sachen tracke. Dazu habe ich mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch einfach mal. Da könnt ihr euch mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Und so könnt ihr ein bisschen euren Kalorienhaushalt verwalten und ist eigentlich auch ganz nützlich, gerade wenn ihr abnehmen wollt beziehungsweise wenn ihr Gewicht halten wollt oder vielleicht sogar Gewicht zunehmen müsst, weil ihr zu wenig habt. Was dann verbaut, ist der Puls-Oximeter. Ich habe den jetzt einfach so eingestellt, dass der wirklich den ganzen Tag misst. Würde ich aber definitiv, wenn ihr jetzt nicht gerade in Bergen unterwegs seid und das Ganze braucht, nicht empfehlen, weil es wirklich im Akku saugt. Also ich habe fast 10% Akku jetzt an einem Tag gebraucht, wobei ich habe auch viel an der Uhr jetzt rumgespielt. Das will ich jetzt nicht so hoch ansetzen, aber es ist wirklich tatsächlich so, dass hier der Akkuverbrauch wirklich massiv belastet wird. Aber der Puls-Oximeter hilft euch dabei, ein bisschen den Blutsauerstoff im Blick zu verhalten beziehungsweise in der Bergen seid. Gibt es hier auch ein Widget, wo ihr dann entsprechend die Höhenakklimatisierung machen könnt und schauen könnt, ob ihr euch dann entsprechend hier der Höhe schon angepasst habt. Natürlich darf dann ein klassischer Sonnenaufgang, Sonnenuntergang nicht fehlen. Willkommen, wenn wir hier reingehen, so eine kleine Übersicht. Es gibt auch viele Uhrenwidgets, die das anbieten, dass es dann direkt angezeigt wird. Das heißt, ihr habt es dann direkt auf der Uhr, könnt dann drauf gucken, seht, wann die Sonnenaufgang Sonnenuntergang ist. Manche Zifferblätter gehen sogar so weit, dass man die Dämmerungszeit bekommt, was ich noch fast viel interessantere finde, weil hier natürlich die Zeit da ist, wo es dann auch wirklich dunkel wird. Und wir sehen auch hier, ist gut aufgelistet, wie einmal diese gelbe Linie hier oben, das ist die Sonnenstundenzeit. Dann haben wir hier so ein kleines, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann im Video, so einen kleinen Strich, das ist die Dämmerung und das Blaue da unten ist dann die Nacht und der weiße Pfeil oder Strich, das ist da die Uhrzeit, wo wir gerade sind. So können wir dann immer schauen, wie dann entsprechend der Tagesverlauf ist. Dann haben wir noch den klassischen Kompass. Also wir kommen mir einmal ein Barometer angezeigt, den Höhenmesser, also hier ist ein barometrisches Höhenmesser verbaut und den Kompass, das ist jetzt hier rein zur Navigation. Wir können uns dann hier auch noch direkt die Höhe anzeigen lassen, dann hier auch den Barometer und da ist es so, ich kann nämlich hier drauf gehen und länger drauf drücken, kann ich mir hier auch die Option einstellen und da gehen wir jetzt einfach mal rein und zwar hier unter Barometer. Da können wir dann sagen, dass wir hier eine Unwetterwarnung haben möchten. Da gehen wir nochmal rein und dann sehen wir hier, ich habe den jetzt eingeschaltet, weil die auch wirklich gut ist. Da wird dann ab 4 Millibar pro 3 Stunden gibt es hier eine Meldung auf die Uhr, eine Unwetterwarnung. Also meistens, wenn ein Gewitter aufzieht, dann kriegt man hier wirklich eine Warnung auf die Uhr und weiß direkt Bescheid. Mich hat es schon zweimal tatsächlich, hat es schon zweimal geholfen, weil ich mit dem Mountainbike im Wald unterwegs war und gar nicht gesehen habe, wie sich das Wetter entwickelt. Und es war wirklich dann sehr hilfreich, dass ich dann wusste, dass ich jetzt hier mal schleunigst aus dem Wald soll. Neben den ganzen Outdoor-Funktionen haben wir natürlich auch die Sportfunktionen und da habe ich jetzt drei Sachen hier mal aufgerufen. Einmal haben wir hier den Garmin Coach. Dies ist ein Service von Garmin, der bietet euch auf der App 5 Kilometer, 10 Kilometer und Halbmarathon-Trainingspläne an. Diese Trainingspläne werden dann von drei verschiedenen Trainern moderiert. Da gibt es dann Videos dazu beziehungsweise Erklärungen zu dem ganzen Thema. Das ist wunderbar praktisch, gerade wenn ihr neu seid in dem Themenbereich und da ein bisschen herangeführt zu werden. Aber auch für alte Hasen, sage ich mal, ist es ganz interessant, um sich zu verbessern. Natürlich gibt es auch noch mehr Trainings dann selber auf Garmin Connect. Dann haben wir einmal noch den Trainingszustand. Das ist der aktuelle Zustand meines Trainings. Ich bin jetzt aktuell im Formaufbau. Ich habe zu dem Ganzen auch mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch. Da habe ich die ganzen Zustände mal erklärt. Es gibt da mehrere. Und da können wir uns auch mal die Statistik anschauen. Wir sind einmal hier die VO2 Max-Messung, die hier gemacht wird. Dann haben wir hier die Trainingsbelastung, also das Trainingsload. Hier bekomme ich dann angezeigt, ob ich im Optimum bin. Ich habe momentan einen Trainingsload von 427 in sieben Tagen. Ich habe jetzt gerade einen Trainingsplan angefangen. Und wir sehen jetzt hier, ich müsste zwischen 226 und 484 sein, punkten, um entsprechend hier in meinem optimalen Fitnessbereich zu bleiben, um nicht hier meine Fitness abzubauen. Also wenn ich unter den 226 bin, baue ich meine Fitness ab und wird schlechter. Ihr bekommt dann pro Lauf immer einen gewissen Trainingsload, je nachdem wie anstrengend es war. Das ermittelt die Uhr. Und dann müsst ihr euch einfach vorstellen wie so ein Konto. Da wird innerhalb von sieben Tagen was eingezahlt. Und wenn es größer sieben Tage ist, wird es von diesem Konto abgezogen. Und so ist das eine Variable. Wenn ihr natürlich über diesen Bereich rausgeht, also über diese 484 drüber, dann baut ihr eure Form aus. Aber da müsst ihr auch aufpassen, dass ihr das nicht zu übertreibt. Also dass ihr es stetig und langsam macht. Deswegen ist es da ganz wichtig, dass ihr da immer im Rahmen bleibt. Garmin hilft euch da auch noch ein bisschen hier entsprechend das anzuzeigen, wie das Ganze hier am optimalsten gemacht wird. Das bedeutet, hier habt ihr drei Bereiche. und dieser rote Bereich ist so die stärkste Belastung. Und dieser lila Bereich, den ich hier ein bisschen vernachlässige, der ganz kleine Balken, das ist die niedrigste Belastung. Also man sollte auch im niedrigsten Bereich trainieren. Das finde ich jetzt nicht so ganz so optimal, wie man das hier sieht. Und so hilft euch das Ganze. Zudem bietet ja Garmin auch die Möglichkeit an, wenn ihr jetzt ein Workout startet beziehungsweise einen Lauf, dass ihr dann Trainingsvorschläge bekommt. Diese Trainingsvorschläge basieren dann auf den Daten, die hier hinterlegt sind. Und so bekommt ihr dann geführte Workouts, ohne jetzt aktiv einen Trainingsplan zu machen. Und es ist doch sehr hilfreich, gerade wenn man einfach mal drauf loslaufen will. Da kriegt man ab und zu was Neues angeboten und dann denkt man halt so, oh, mache ich das dann. Und wenn ihr ein Workout beendet habt, bekommt ihr natürlich auch dann die Erholungsstunden angezeigt, die werden dann entsprechend eure Anstrengung ermittelt. Das letzte Widget, was wir hier sehen, ist noch das Leistungswidget. Hier bekomme ich einmal nochmal mein VO2 Max angezeigt, in schön bunt. Auch den hier fürs Radfahren. Beim Radfahren ist es aber so, den bekommt ihr nur, wenn ihr entsprechend auch ein Leistungsmesser habt. Ich habe das jetzt dadurch, dass ich einen Kicker Snap habe, der hat ein Leistungsmesser drin, da wird das Ganze ermittelt. Bei, wenn ihr das Auto machen wollt, braucht ihr auf jeden Fall definitiv ein Leistungsmesser am Fahrrad, sonst werdet ihr hier keine Werte hier bekommen. Und des Weiteren wird da noch der Lakatschwellenwert ermittelt, anhand des Laufes. Und dann bekommt ihr noch zudem eine Laufprognose angezeigt, mit der Historie. Ich habe leider hier noch keine Historie, weil ich noch nicht so viel mit der Uhr gemacht habe. Aber so kann man sich das Ganze schon mal anschauen. Man kann ja einfach durchgehen, sind wir hier, die 10-Kilometer-Prognose, den Halbmarathon-Prognose. Das habe ich auch tatsächlich schon geschafft. Bei Marathon, da wüsste ich nicht mal, ob ich da ans Ziel komme. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, vier Stunden, vier. Ja, das klingt sportlich. Was dann noch hinzukommt, ist der Health Snapshot. Das ist jetzt so ein Gesundheitsabriss, der gemacht wird. Also man kann das hier direkt starten. Ich habe das jetzt schon mal gemacht, das kann man uns anschauen. Das sehen wir jetzt einfach hier. Gestern um sieben habe ich das Ganze durchgeführt. Hier wird einmal die durchschnittliche Herzfrequenz gemessen, den Blutsauberstoff, die Atemfrequenz und der Stress und natürlich noch die Herzfrequenzvariabilität. Und hier könnt ihr ja theoretisch zum Arzt gehen und hier die Daten entsprechend präsentieren, gerade bei der Herzvariabilität. Das dürfte sehr interessant sein. Dann kann ich mir natürlich den Höhenmesser und den Barometer noch selber anzeigen lassen. Da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Dann habe ich nochmal eine Übersicht des Protokolls, wie meine Aktivitäten waren. Und hier kann ich mir noch detailliert die Aktivitäten anschauen. Ich habe heute zum Beispiel einen Stride-Trainingsplan gemacht. Da gehen wir einfach mal rein und dann können wir uns hier mal anschauen, wie das Ganze war. Ich bin 8,07 Kilometer gelaufen, bekomme so eine kleine Auswertung, wie meine Herzfrequenzzonen waren und bekomme hier auch nochmal so eine Staffelung, wie die Herzfrequenzbereiche waren, wie man das Ganze auch nochmal einstellt. Die Hintergründe sind, verlinke ich auch nochmal in einem Video. Das habe ich da mal entsprechend erklärt. Und ich bekomme dann auch nochmal eine Auswertung und hier sehen wir auch nochmal die Belastung 143. Das ist jetzt vom Trainingslot, was ich gesprochen habe. Das wäre jetzt, was ich auf meinem Trainingslot-Konto heute verbucht bekomme bzw. was ich heute aufs Trainingslot-Konto gebucht bekommen habe. Bei Benachrichtungen, also ihr könnt es einstellen, dass ihr dann auch immer dann entsprechend die Benachrichtungen auf die Uhr aufploppen, wenn da was kommt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch von Strava was drin und da sehen wir einfach hier die Strava-Meldung, dass mein Lauf jetzt angezeigt wird. Ihr kriegt auch WhatsApp-Nachrichten rein oder auch E-Mails sind hier entsprechend dann lesbar. Dann gibt es hier auch noch die Musikverwaltung. Ihr könnt dann entsprechend auch Musik auf die Uhr machen. Das bedeutet, ihr könnt hier von Spotify, Deezer oder Amazon Music das Ganze nutzen oder ihr könnt auch bis zu 2000 MP3-Liter drauf machen und die hier entsprechend dann verwalten. Dann haben wir hier noch einmal einen Temperatursensor. Ich habe jetzt in einem Kommentar mal gelesen, der gefragt hat, ob es sowas auf der Uhr gibt. Ihr könnt euch das Ganze dann auch übrigens auf der Uhr anzeigen lassen in der Aktivität. Da könnt ihr euch das entsprechend als Datenfeld einrichten und da habt ihr dann quasi immer die Live-Daten. Dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, hier Challenges durchzuführen. Garmin hat ja so Challenges, wo ihr dann entsprechend Abzeichen sammeln könnt und wenn ihr jetzt hier reingeht, dann könnt ihr euch das Ganze hier mal anschauen. Dann sehen wir zum Beispiel hier, ich habe jetzt meine Januar-Schritten-Challenge abgeschlossen. Dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, Flüssigkeiten zu tracken. Das habe ich jetzt hier schon draufgeladen. Also kann man hier einfach entsprechend mit dem Touch-Display das Ganze durchnehmen und dann wird das Ganze auch mit Garmin Connect synchronisiert. Das habt ihr dann für eure Statistik. Was ihr hier dann machen könnt, ist auch die Widgets zu bearbeiten. Das sieht man hier, das Ganze kann man entsprechend sortieren oder aus den Favoriten hinausnehmen. Oder wir können hier ganz runtergehen auf hinzufügen. Ich habe nämlich nicht alle Widgets, die hier auf die Uhr sind, hier jetzt hinzugefügt. Wir sind zumal hier auf die Zeitzonenatmung oder auch Golf zum Beispiel gibt es auf der Uhr oder wie angesprochen die Höhenklimatisierung. Ja, alles Mögliche könnt ihr hier noch einstellen. Ihr könnt euch auch entsprechende Widgets im Garmin Connect IQ Store herunterladen und eure Uhr doch sehr stark individualisieren. Aber auch bei den Widgets ist es so, ihr könnt das Ganze auch hier wieder über die Darstellung einstellen. Da geht ihr einfach wie gesagt in die Darstellung rein und in die Übersicht und dann könnt ihr das Ganze entsprechend einrichten, wie ihr wollt. Also ihr könnt einmal hier die Widgets hier ganz einfach sortieren und einfach länger hier draufdrücken und dann könnt ihr es hier entsprechend sortieren, wie ihr es haben wollt beziehungsweise ihr könnt dann auch die Widgets, die hier unten jetzt dann aufgelistet sind, hier entsprechend dazufügen. Ja, dann kommen wir auch schon zum sportlichen Teil und zwar die Sportwidgets beziehungsweise die Aktivitäten, wieso man eigentlich die Uhr sich auch zulegt. Wenn wir jetzt einfach mal hier reingehen, das ist hier oben rechts in der Taste, kann ich auch wieder hier einfach durch das Menü scrollen und ich habe jetzt zum Beispiel hier meine Favoriten schon mal aufgelegt. Das sind jetzt Laufen, Gehen, also ich laufe immer und gehe danach noch ein Stück oder hier den Health Snapshot als Aktivität kann man hier hinterlegen, dann kann man das Ganze machen. Dann kann ich jetzt hier Radfahren, Indoradfahren, Cardio, Krafttraining, was jetzt auch neu hinzugekommen ist, HIT oder HIT und wenn wir hier mal reingehen, hier gibt es dann auch die Möglichkeiten, hier verschiedene Timer zu nutzen. Ich mache das jetzt nicht so viel, aber ich will es einfach mal zeigen, weil es jetzt neu ist. Tabata habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber bei den anderen zwei kenne ich mich jetzt tatsächlich nicht so aus, aber falls für euch das interessant ist, seht ihr das jetzt einfach mal kurz. Ich habe zum Beispiel hier bei Yoga auch schon vorinstallierte Möglichkeiten, also wenn wir jetzt einfach mal hier reingehen in Yoga und hier länger draufdrücken, dann bekomme ich hier eine Yoga-Einstellung beziehungsweise auch Trainings. Dann gehen wir einfach mal auf ein Training und dann gibt es hier Trainings und da sind schon mal mehrere Jahre vorinstalliert und dann können wir zum Beispiel mal den Sonnengruß machen und der hat hier 53 Abschnitte, die können wir mal anschauen und hier sind tatsächlich auch schon so Videos hinterlegt, die das ein bisschen erklären, wie das Ganze funktioniert. Wenn wir einfach jetzt mal hier reingehen in ein anderes, dann bekommen wir auch die Übung hier direkt angezeigt. Ich habe auch zu animierten Workouts mal ein Video gemacht, wie gesagt, es gibt dann auch hier bei Garmin Connect ein paar Stück, nicht jedes Workout ist animiert, aber es gibt schon einige. Ich verlinke euch das auch noch da mal, dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, wie das dann entsprechend funktioniert und auch entsprechend verwendet wird. Was wir dann noch dazu bekommen, ist natürlich hier Schwimmart, Bouldern, Trailrun, Herzfrequenz, Variabilitätsstress-Test, da wird mit einem Brustgurt dann entsprechend euer Puls gemessen und es hilft dir so ein bisschen, euch besser kennenzulernen und auch hier die Daten richtig zu hinterlegen. Dann haben wir hier noch den Navigieren-Modus, da komme ich aber gleich noch mal drauf zu in einen Workout. Dann haben wir hier den Expeditions-Modus, der ist ganz neu hinzugekommen, mit der Phoenix 6 schon, mit einem Update, da könnt ihr entsprechend hier nach euren individuellen Einstellungen das Ganze einstellen, hier zum Beispiel jetzt eine Stunde nur einen GPS-Wert senden, dann vom Telefon entkoppelt, das spart halt unheimlich Batteriezeit und ihr könnt dann halt, wenn er längere Expedition macht, hier das Ganze tracken, aber halt natürlich sehr ungenau, weil er halt nur einmal die Stunde das Ganze gemacht hat. Für den, der das ins Rand ist, ist es auf jeden Fall eine hilfreiche Option. Dann kann ich hier auf die Uhr auch direkt noch Workouts hinzufügen und dann sehen wir einfach hier, gibt es noch eine Vielzahl von Workouts, also Multisport, wenn er viele Sachen macht, Ultrarun, Laufbahn, virtuelle Run, also wirklich hier eine Vielzahl. Wir sehen auch hier ganzen E-Bike, MTB wird unterstützt, Bergsteigen, Cyclecross, Quarrelbike, also das ist auch, was ich nur auswählen werde. Ihr müsst jetzt kein eigenes Workout mehr machen oder wenn ihr zum Beispiel Fahrrad pendelt, könnt ihr das als Arbeitsweg deklarieren, dann müsst ihr das nicht jedes Mal umstellen. Also es ist wirklich sehr hilfreich, viele Sachen sind dabei, die zwar ähnlich sind, aber halt einfach auch helfen, in der App das Ganze entsprechend besser auszuwerten. Natürlich Freiwassertriathlon, schwimmen und alles, was natürlich auch mit dem Wintersport beziehungsweise dann auch hier mit Wassersport zu tun hat oder auch dann entsprechend Golf spielen und Tennis. Also wie ihr seht, eine große Vielzahl. Dann haben wir einmal die Karten und Kartenmanager. Bei meiner Version jetzt von der Phoenix 7 Saphir Solar Edition habe ich schon die Karten installiert. Also wir haben hier einfach die Turbo-Karten, dann eine Skikarte, wo dann auch die Skigebiete drauf sind mit der Schwierigkeit der Skipisten als auch hier Golfplatzkarten und Turbo-Karte Europa. Also wir sehen, hier sind verschiedene Turbo-Karten drauf. die könnt ihr da entsprechend hier verwalten. Wenn wir jetzt einfach mal hier dann in den Kartenmanager hineingehen, da kann ich dann entsprechend hier meine Karten verwalten beziehungsweise aktualisieren. Ich würde es aber empfehlen, tatsächlich das weiterhin über Garmin Express zu machen. Ich finde es natürlich gut, dass auf alle Phoenix-Uhren jetzt Karten verbaut sind beziehungsweise ihr das dann halt natürlich bei den kleineren Versionen herunterladen müsst. Wenn ihr jetzt eine Aktivität starten wollt, geht ihr einfach hier oben auf die Taste, dann gehen wir einfach mal hier auf Laufen und dann sehen wir schon, ich kriege einen Trainingsvorschlag für heute. Das ist jetzt hier, ich soll einmal 6 Minuten 40 pro Kilometer laufen, das ist 32 Minuten lang, um hier meine Basis zu trainieren. Anfangs habe ich euch ja gezeigt, dieser lila kleine Balken, der da ist, das ist dieses Basentraining und das wird bei mir ein bisschen stark vernachlässigt. Das muss ich auf jeden Fall wieder verbessern. Und hier sehe ich dann auch schon mal, was dann entsprechend die Auswertung wäre, wenn ich mich daran halten würde und kriege hier noch so eine kleine Anleitung, was ich dann entsprechend machen soll. Dann gehen wir einfach mal rein in die Aktivität. Sie sehen schon, hier haben wir dann entsprechend die ganzen Displays, die ich schon verwaltet habe. Ich habe jetzt hier auch schon neu hinzugefügt Stamina. Das ist jetzt ganz was Neues und zwar es geht darum, ihr habt hier diesen Balken, der hier nicht mehr ganz so voll ist bei mir, der sagt dann, wie viel Kraft ihr noch im Körper habt oder wie viele Körner noch da sind, wie man es ein bisschen umgangssprachig ausdrückt. Meine Gesamtstamina liegt momentan bei 73%. Wenn ich laufen gehe, ich blende es euch mal ein, ich habe da mal ein paar Bilder gerade gemacht vorhin, wo ich laufen war. Ich habe da so ein Intervalltraining gemacht, da habe ich einmal die Pace angezeigt bekommen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das mal in den Stunden anzuzeigen, wie lange, wie viele Minuten ich laufen kann. Wir sehen hier Stunden, Minuten. Dann gibt er anhand der Pace meine Herzfrequenz an, wie lange mir die Körner oder dieses Ganze noch ausreicht, um das Ganze entsprechend hier durchzuführen, also mit einer bestimmten Pace. Das heißt also, wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen Halbmarathon lauft oder ein Rennen lauft, habt ihr immer so eine Live-Übersicht, was ihr noch mal leisten könnt und überpowert einfach nicht. Das ist eigentlich ganz gut für die Planung. Ihr könnt euch das auch individuell einstellen. Ich muss es selber da noch ein bisschen testen, wie man das am idealsten macht, aber mein erster Eindruck war schon mal sehr gut gewesen und es hilft einfach jedenfalls ein bisschen das Ganze hier gut zu verwalten. Natürlich kann ich klassisch hier auch meine Display-Designs einstellen, also wenn ich hier lange drauf drücke, kann ich in die Laufeinstellung reingehen und hier meine Trainingsseiten verwalten. Wenn ich jetzt einfach da reingehe und sage, hier, ich möchte zum Beispiel eine neue Trainingsseite hinzufügen, dann kann ich einfach hier Benutzer durch die Daten sagen, kann ich mir die entsprechende Felder aussuchen, wie viele ich haben möchte. Und das ist ja natürlich bei der ganz großen Phoenix-Uhr, kann ich hier wirklich das Datenfeld maximal nutzen und so kann ich mir dann entsprechend das Ganze einrichten. Wir machen das jetzt einfach mal, wir wählen uns mal so ein Feld hier aus und dann sage ich einfach Feld 1 und dann kann man hier entsprechend die Felder hier aussuchen, was ich dann haben möchte. Zum Beispiel hier kann ich mir auch ein Stamina-Feld anzeigen lassen, da kriege ich einfach nur die Prozente angezeigt. Oder ich kann mir Lauf-Effizienz-Sachen anzeigen lassen, Strich für ganz alles Mögliche ist hier vorhanden oder auch hier wie gesagt das Temperaturfeld ist auch möglich. Und ich kann mir natürlich entsprechend auch das Ganze, wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Connect IQ Store ein Feld heruntergeladen habe, kann ich das natürlich auch hinterlegen und habe dann hier ein definiertes Feld von einem Nutzer, der es erstellt hat. Aber was bei der Uhr natürlich neu hinzugekommen ist, neben dem Stamina-Feld, ist auch die Möglichkeit, seine Displayfelder hier direkt auf der App zu verwalten. Und das ist eigentlich auch ganz einfach. Einmal habe ich hier zum Beispiel, kann ich mir die Akt, also ich bin jetzt hier gerade am Laufen drin, dann geht hier ein Fenster auf mit aktueller Aktivität. Da kann ich einfach reingehen und kann hier direkt schon die Trainingsseiten einstellen. Wir sehen hier das Stamina, Karte, Uhrzeit. Ich kann zum Beispiel sagen, Datenfeld hinzufügen. Dann kann ich sagen, okay, ich möchte hier zum Beispiel Muskelfunktion haben und dann bekomme ich jetzt hier ein Datenfeld angezeigt. Oder ich möchte ein Datenfeld haben, ein Benutzer definiertes, das was wir gerade eben gemacht haben, mit drei Feldern. Und dann kann ich entsprechend die Felder definieren und kann hier ganz schnell und einfach das Ganze hier einstellen, wenn ich das haben möchte. Und dann sage ich hier einfach zum Beispiel Rundendistanz und dann sage ich Speichern und dann ist das Ganze auch schon direkt hier bei der nächsten Synchronisation auf der Uhr drauf. Wenn ich aus der Aktivität herausgehe, bekomme ich hier auch ein neues Feld Aktivität und Apps. Da kann ich hier direkt in die Aktivitäten reinigen, kann ich die einmal entsprechend verwalten. Das heißt also, ich kann die dann verschieben oder neu hinzufügen. Ich möchte zum Beispiel den HFV Stress hier in meiner Aktivitätenliste haben. Dann gehe ich hier einfach auf das Plus und dann kann ich hier einfach hier draufgehen und das Ganze hier nach oben verschieben und kann hier ganz bequem das Ganze einstellen, wie ich das entsprechend möchte. Und dann sehen wir auch hier nochmal die Auflistung der ganzen verfügbaren Aktivitäten, die wir hier verwalten können. Wenn wir in die Aktivität noch hineingehen, gibt es natürlich neben den Lauf-Einstellungen noch andere Einstellungen. Und zwar kann ich hier einmal den Energie-Modus ändern. Es gibt ja hier verschiedene Energie-Modus, da komme ich gleich nochmal drauf zu. Dann kann ich hier meine Trainings verwalten. Also wenn ich jetzt Trainings habe, kann ich die angezeigen lassen oder beziehungsweise ich einen Vorschlag für heute durchführen oder ich kann hier Intervalle machen oder ein Pace-Pro-Plan. Pace-Pro-Planes sind, dann gebt ihr einen gewissen Speed vor und da wird dann angezeigt, ob ihr dann entsprechend in der Geschwindigkeit drin seid beziehungsweise ich kann mit Strava-Live-Segmenten arbeiten oder einen Laktatschwellentest machen. Dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit zu navigieren und da gehen wir jetzt einfach mal hinein. Da kann ich einfach Point of Interest machen. Dann gibt es I'm Around Me, dann wird einfach eine Karte eingeblendet, der eure Umgebung zeigt, also ob ein Laden oder sowas hinten in der Nähe ist beziehungsweise es gibt dann hier auch Strecken, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Strecke drauf gemacht. Wenn wir die mal auswählen, dann sehen wir hier, kann ich auch ein Pace-Pro-Plan hinterlegen. Dann kann ich mir das Ganze nochmal hier in der Karte anschauen und hier kommt tatsächlich jetzt die Vorteile eines Touch-Displays. Ich kann endlich hier die Karten ganz einfach bedienen. Ich kann hier so reinzoomen mit dem Plus noch und kann man hier detailliert dann entsprechend die ganzen Sachen angucken. Wir sehen jetzt auch hier, die Uhr ist meines Erachtens auch deutlich schneller geworden, also mit der Phoenix 6 war das viel langsamer das Kartenladen und das funktioniert doch hier jetzt echt wunderbar. Dann kann ich natürlich noch die Höhenprofile anschauen, wie das Ganze hier von der Strecke ist. Wir sehen jetzt hier eine Steigung von 564 Höhenmeter beziehungsweise ich kann mir dann auch mit Climb Pro die Anstiege anzeigen lassen, dann wird entsprechend das Ganze hier getrennt. Wir sehen jetzt hier Abstieg 1, also wenn es runter geht, dann habe ich Einstieg 1 von 8, also es gibt insgesamt 8 Anstiege, dann bekomme ich eine Anzeige, wie lang der Anstieg ist, wie hoch er ist und was die durchschnittliche Steigung ist und so könnt ihr dann entsprechend am Berg immer euch entsprechend einstellen. Das Ganze geht auch fürs Radfahren, um hier auch die Ressourcen richtig aufzuteilen. Was noch neu hinzukommt, sind Point of Interest für unterwegs, das habe ich jetzt leider hier noch nicht drauf. Ich mache aber ein Tutorial-Video dazu zum ganzen Navigieren und werde auch dann entsprechend euch das zeigen, wie das funktioniert beziehungsweise es auch in der Praxis zeigen. Wenn euch solche Sachen interessieren, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr das nicht verpasst. Dann habe ich noch die Möglichkeit, ein Roundtrip-Routing zu machen, wenn wir jetzt hier reingehen, dann sehen wir hier, dass wir entsprechend das Ganze hier auswählen können. Ich sage dann zum Beispiel, ich möchte heute neun Kilometer laufen und dann kann ich beliebige Richtungen noch angeben oder auch dann sagen Nordzyk West und dann rechnet der mir drei Routen vor und dann kann ich mir eine auswählen und diese dann entsprechend laufen. Das ist gerade hilfreich, wenn man hier irgendwo fremd unterwegs ist, was Neues erkunden will oder einfach sich nicht auskennt, um einfach dann schnell loszulaufen, ohne hier lange planen zu müssen. Ihr könnt natürlich auch noch weitere Einstellungen bei den Aktivitäten-Apps vornehmen, das ist aber auch wieder hier auf dem Handy besser. Wenn wir hier nochmal in die Einstellung bearbeiten reingehen und hier zum Beispiel Laufen auswählen, kann ich natürlich die ganzen Sachen, die wir jetzt hier gesehen haben, auch entsprechend verwalten. Was jetzt noch interessant wäre, hier ist zum Beispiel ein Touchscreen, können wir hier entsprechend ausschalten, auch nur für die eine Aktivität. Also wenn wir sagen, hier beim Laufen wollen wir es nicht, aber sonst schon, kann ich hier es speziell ausschalten. Was es denn hier noch gibt, ist denn hier die Satelliten, die wir einstellen können und da kommt was Neues hinzu, was jetzt bei der Phoenix 7X Saphir Solar Edition nur dabei ist. Das ist das Multiband. Das Problem ist ja, bei diesen ganzen Satellitensystemen, wenn ihr im Wald unterwegs seid, dass dann entsprechend ja Abschirmungen stattfinden und dieses Multiband hilft dabei, einen besseren, genaueren GPS-Standort zu finden. Wir haben das Ganze ja schon in der Vertex 2 gesehen, die haben das auch schon verwendet und hier bekommt ihr halt ein definitiv besseres GPS-Bild hin. Nachteil ist, dass entsprechend aber mehr Strom verbraucht wird. Vorteil ist natürlich, dass ihr hier sehr gute GPS-Bilder dann bekommt. Ich werde das Ganze aber auch nochmal testen. Was ich aber hier an der Stelle empfehlen würde, wäre tatsächlich das Ganze hier als alle aus dem System zu verwenden. Also hier nicht spezielles zu machen. Natürlich, wenn ihr jetzt für eine Aktivität es anders haben möchtet als für eine andere, könnt ihr es natürlich individuell machen. Ich würde aber alle im System nehmen und zwar, wenn wir jetzt hier einfach mal rausgehen, gibt es nämlich die Möglichkeit, bei den allgemeinen Einstellungen bei System. Da könnt ihr nämlich dann auch sagen, hier Satelliten, alle und Multiband und hier wird dann entsprechend bei allen Aktivitäten diese Einstellungen verwendet, die ich hier verwendet habe. Ihr müsst es dann nicht explizit bei jeder Aktivität extra einstellen und das finde ich doch wirklich sehr hilfreich und es erreicht ja doch einiges an Arbeit. Die Uhr bietet natürlich dann auch noch die Möglichkeit an Sicherheit und Tracking zu machen. Das bedeutet, ihr habt einmal Notfallkontakte, wenn ihr Sturz, also mit einer Sturzerkennung, wo dann entsprechend, wenn ihr das Handy dabei habt, dann der Notfallkontakt kontaktiert wird oder ihr habt dann auch die Möglichkeit, Livetrack zu nutzen. Das heißt, die Uhr wird dann über die App synchronisiert und die App gibt dann GPS-Standort an die Person, die das entsprechend dann haben sollen. Die bekommen eine E-Mail und können euch dann entsprechend verfolgen und wissen dann immer, wo ihr unterwegs seid. Auch hier habe ich mal ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch auch mal, dann könnt ihr euch das auch mal anschauen. Dann könnt ihr den Fitness-Tracker hier verwalten und entsprechend hier auch den Puls-Oximeter einstellen. Ich mache das jetzt einfach jetzt genau direkt hier mal für mich bei Schlafen. Dann könnt ihr einen Inaktivitäts-Alarm anstellen, der euch nach einer gewissen Zeit dann sagt hier, bewegt euch mal ein bisschen. Hier sind auch die Möglichkeiten, deine Ziele einzustellen oder hier im Youth IQ, ich habe es jetzt ausgeschaltet, da erkennen die Uhr dann automatisch, wenn ihr einen Workout macht oder wenn ihr anfangt irgendwas zu machen, zum Beispiel lange spazieren geht, bekommt ihr eine Meldung oder beziehungsweise es wird dann hier in der App angelegt. Ja, dann kommen wir auch noch zum Power-Management-System. Hier gibt es dann verschiedene Energie-Modis, die wir verwenden können. Wenn wir hier reingehen, sehen wir schon, wir können dann teilweise bis zu auf 213 Stunden die Uhr verlängern oder die Lebenszeit des Akkus verlängern, wenn ihr das aufzeichnet beziehungsweise dann auch entsprechend hier Sachen abschaltet. Also hier ist wirklich dann, ja, je nachdem nach Bedarf die Möglichkeit, es entsprechend einzustellen. Als allerletztes hätten wir dann halt auch die Systemeinstellung, da waren wir jetzt sehr kurz schon drin und hier könnt ihr dann auch alles nochmal deutlich einstellen. Zum Beispiel Touchscreen könnt ihr sagen, ich möchte den allgemein immer eingeschaltet haben, beim Schlafen ausgeschaltet, während der Aktivität. Also hier ist auch wirklich dann individuell, wie ihr es haben möchtet, einstellbar. Ihr könnt dann hier den Schlafmodus einstellen, wann die Uhr dann entsprechend in den, ja, Ruhemodus geht, dass ihr nicht beim Schlafen gestörtet werdet. Und hier könnt ihr zum Beispiel auch die Datenaufzeichnung ändern und daher empfehle ich euch auch was und zwar, wenn wir hier einfach mal reingehen, ist die Frequenz auf Intelligent, das möchte ich eigentlich nicht, sondern ich möchte jede Sekunde. Was ist das? Die Datenaufzeichnung ist die Aufzeichnung für GPS-Daten. Wenn ihr das auf Intelligenz stellt, dann entscheidet die Uhr selber, wann sie die Daten optimal aufnimmt. Wenn ihr es auf jede Sekunde stellt, habt ihr auch wirklich sichergestellt, dass ihr das genaueste GPS-Signal habt beziehungsweise wird dann jede Sekunde dann entsprechend die Daten abgerufen. Natürlich geht es auch hier auf den Akkuverbrauch, aber ich denke mal, im Regelfall ist das ja nicht das Problem. Von daher nutze ich das immer gerne, weil ich das optimal aus der Uhr herausnehmen will und das speichere ich jetzt auch noch. Und so ist es beim nächsten Synchronisieren dann entsprechend mit der Uhr dann synchronisiert. Ja, ich hoffe, ich konnte euch gleich einen Eindruck geben, wie die Funktion der Phoenix 7 aussieht beziehungsweise wie die ganzen Einstellungen vorgenommen werden können. Falls sich solche Videos interessieren beziehungsweise Tutorials zu Phoenix 7 selbst, dann lass auf jeden Fall ein Abo da, dass du hier nichts verpasst. Wenn dir auch noch weitere Garmin Interessieren, wie zum Beispiel hier die Venue 2 Plus, die habe ich in diesem Video mal vorgestellt, beziehungsweise wenn dich generell Garmin Videos interessieren, das habe ich hier in dieser Playliste mal verlinkt. Und wenn dich interessiert, wie ich Uhren teste, kannst du mal in dieser Playliste nachschauen, da habe ich mal alle Tests zusammengefasst von allen verschiedenen Uhren und Herstellern. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, bleib gesund, Tschüss, bis zum nächsten Mal.